So Anna, jetzt blasen wir Vollgas da rein. Nein Papa, wir sind am Christberg. Da steht Entschleunigen an erster Stelle. Wir fahren jetzt ganz langsam da rein und lassen das Panorama von Rettikon und von Verwall auf uns wirken und lassen einfach die Seele baumeln. Hast recht Anna, meine Seele baumelt wirklich. Super Papa, dann können wir jetzt ja schnee und lang laufen gehen.